Während es draußen ungemütlich wird, hängen im Saal die Wilders-Anhänger an den Lippen ihres Idols. Dessen Botschaft an das deutsche Volk ist deutlich. Ein Deutschland voller Moscheen und verschleierte Frauen ist nicht mehr meine Freunde, ist nicht mehr das Deutschland Goethes, Schiller und Heines, Bax und Mendelssohn. Wir betreten neue Tromben, himmlischen Einheit zu. Seine Zahmer, Kinder, Kinder, was die Wohlesstrenge zeigt, alle Menschen werden müh'er, wo ein samzer Blüten reist. Zahmer, Kinder, was die Wohlesstrenge zeigt, Zahmer, Kinder, was die Wohlesstrenge zeigt, Zahmer, Kinder, was die Wohlesstrenge zeigt, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dessen Botschaft an das deutsche Volk ist deutlich. Ein Deutschland voller Moscheen und verschleierte Frauen ist nicht mehr, meine Freunde, ist nicht mehr das Deutschland Goethes, Schiller und Heines, Bachs und Mendelssohn.